Hi Leute, willkommen bei Teezy, Schuhmensch und wir kommen heute zu einer neuen Folge Hellspin Discount. Die Toti-Mittelfeldspieler sind da und die stehen auch auf diesem wunderschönen Rad. Ihr habt über 10.000 Daumen da gelassen, deswegen steht die beste Karte dreimal drauf. Bei Broski wurde auch schon eine Folge aufgenommen. Schaut sie euch an. Schaut sie euch sehr gerne an. Ich möchte nur noch mal sagen, auch in Bezug auf die letzte Woche, das Hellspin Discount, mein absolutes Lieblingsformat ist. Ich habe gestern 2.000 Euro für eine Lightning Round bezahlt und bin noch geschlagene 5,5 Tage Diener. Mir geht's blendend. Wir gucken uns das wundervolle Rad an. Wir haben da Karten wie Bonmarti, Oberdorf, De Bruyne, Putea, Spellingham, Rodri. Es sieht spitzenmäßig aus. Ich sag ganz ehrlich, es gibt zwei Oberdorfs, mit denen man sich retten kann. Alles andere ist tot. Und Oberdorf ist eigentlich auch eine Mio, wenn man ehrlich ist. Plus, die haben bestimmt wieder so ein paar Gauner, stellen die ihr dann für, ne? Dementsprechend drauf. Lasst hier keinen Daumen nach oben da. Wenn ihr das Video seht, dann sind wir auch immer noch live auf Twitch. Und checkt den neuen TNO-Hoodie aus. Believe. 4.0, Freunde. Könnt ihr noch bestellen. Bis am Sonntag. Guckt da rein. Und weil einige Fragen. Mittelfeld ist jetzt am Start. Ist aktuell Mittelfeld. Nächste Woche ist dann der maximale Punkt am Start mit Full, Full. Keinen Daumen da lassen. So, wir gehen rein. Toti, Toti-Icon gibt einen extra Punkt. Und dann würde ich sagen, wenn das macht das Zimbo, denkt dran. Ja, das ist doch jetzt deine... Das ist doch jetzt, ne? Ich bin arme, Mann. Da ist doch jetzt deine Zimbo. Nein, die war's. Geh auf deine. Vertrauen, du musst... Ich will dich als Toti haben. Du musst vertrauen. Scheiße, ich leg's dir Auge schon wieder. Du musst vertrauen. Ja, sehr gut. Ist eh ne Scheißposition. Ja, ja! Wir hatten Frank. Toti, Icon, Reverie. Wir hatten Frank, Marcel. Let's go! Let's go. Ja! Ja! Frank nachgezogen. Scheiße! Egal. Brand bleiben Zimbo. Weiter geht's. Egal, nimmst du mit. Sehr gut. Saka Premier League. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oder Wamos Dembélé. Wamos Dembélé. Boah! Da kommt nämlich noch ein Mbappé, sag ich. Wenn die auf MS so choken, ist krass. Wir nehmen mal da mit Zimbo. Lass in Korea. Ja, das ist aber glaub ich egal. Puh. Lieber wie? Boah, ich leg's so Auge. Kars am Punkt Dach. Auf gar keinen Fall. Fuck, es ist schlecht bei mir. Und Simon fürs Karma. Ist halt schwer durch, ne? Aber... Ja, kommt rein mit. Boah, er kriegt dann die normale Alexia. Können doch da die Richtige. Was ist das? Digga! Boah! Ey! Ich wüsste, die gibt's net in der Mitte. Das mitnehmen halt, ne? Ja, die mitnehmen. Er nimmt's net, weil das ist der Fehler, sag ich dir. Die gibt's nämlich gar net. Ja! Ja! Wichtig! Digga, ist das gottlos. Wichtig, Simbo! Du hast die mitgenommen. Die hat die Schnittstelle geöffnet für Bonmarty. Ist das gottlos. 97er Rating. Ist es gut, Simbo. Ist es gut. Ja, ein bisschen da rein. Ja, ja, ja. Ist das gottlos. Boah! Boah, ne Toti-Icon. Boah, Scheiß. Boah, nicht entspannt. Ne, ne, ne. Was kommt noch mit? Ja, ja. Mach den rein. Den kriegen wir irgendwie durch. Alles gut. Kriegen wir durch. Wir haben noch ein paar Schwachstellen aktuell. Ja, das macht alles. Peter Cech. Wichtig, hat kein Petri da drüben. Was machen wir jetzt, Simbo. Ich kann halt Daniel reinklatschen. Ist voll. Boah. 87er Rating nur. Mach rein. Oh Gott, ich hab nur blau gesehen. Ich hab nur blau gesehen und war schon wieder im Kopf. Wem? Puppe, ne. Der ist ja zweite. Den kann ich vergessen. Bitte. Achso. Jaaaaa. Jaaaaa. Zola. Wichtig, Junge. Aber wenn ihr nur den Boden hält, oder? Ja, ja, packen einen. Wichtig, Junge. Komm schon. Scheiße, Zola. Ja, aber ihr habt 97. Schallert halt so rein, ne? Aber die kommen auch über die Wangenzimmer. Oh, 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 oh. Ne, ne. Mal kurz hier Mathieu Nunez. Aber kann der noch eine... Oh, er kann L.M. Ja, sehr gut. Mach den rein. Krieg Rating. Aber wir haben halt die Swimmerleague, ne? Ja, kommt noch. ZM brauch ich. Kommt noch. ZM, I.V. Jaaa, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Schöner Person. Ja, ja, das sieht schon mal besser aus. Ja, falls ich noch mal in die Premier League gehe. Falls da was kommt. Toti-mäßiges. Komm schon. Ich bin Jansala, Ödegard. Ich würde den Kriegen ja nichts gewöhnen. Ne, was haben wir Kosi? Wir können aber auch... Ja, Elf kann der. Du kriegst aber nichts, oder? Ne. Doch, für unseren I.V. Ja, das bringt nichts. Ich muss... Ich muss hier was Messeres haben. Das ist 85, sonst komm ich nicht weit. Aber dann müssen wir halt... Ja, nimm mal mit. Dann ist der voll. Jetzt müssen wir halt auch so langsamer gucken, dass wir da... Ja, Ratingstechnisch auch ein bisschen... Jetzt brauche ich Chemie. Ich brauche einen ZM. Öffne Juna... ZM. Aufwohl aber halt. Sala, ne? Ja, aber du willst halt der Hilton wieder rein, ne? Was ist mit TestDegen? Jaaaa! Oh mein Gott! Er kann aber nicht stellen. Ja, sehr gut. Zählt er nicht. Kann man Tess Degen mitnehmen? Ja, nehmt mal Tess Degen mit. Ich hab den nicht eingebaut. Nimm mal Tess Degen mit. Fuck. Nimm mal Tess Degen mit. Oh, er ist der Ball, kann der LM? Ja, kann LM. Perfekt. Perfekt. So, jetzt haben wir Full Chemie. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir nach oben kommen da. Ja. Scheiße. Serie A, Mkhitaryan. Ja, 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 ja. Ogira Siebe auch gewesen. Aber Kabea kann nicht ZM. Ich hab danach nur noch einen. Meine Fresse. Gib doch mal was. Schon für Premier League. Beste. Hab ich aber bis jetzt auch noch nicht win. Nee, nee. Beste League, ne? Ja, ja. Komm, gibt noch eine. Ja, ja. Ander in der Liga. Beste mit. Hallo. Wir brauchen einen Petre. Das wäre so schön. Bitte, bitte, bitte. Das wäre so schön. Bitte, bitte, bitte. Okay, Premier League, der kann ZM. Beste. Musiala kann ZM. Da brauch ich aber Bayern München für. Beste, beste, beste. Der ist Franzose. Der ist Franzose. Pardon, Etimo. Premier League. Also entweder setze ich jetzt aufs bayerische Pferd. Das ist so schlecht, ne? Oder aufs Premier League Pferd. Da reinmachen. Ne? Kannst du ja hinten reinmachen, ne? Oh Mann, hier Olli. Aber nee, bringt erst was? Ja, kannst du mit reinmachen. Italiener ist voll, ja. Premier League. Ein Chemiepunkt. Da rein, ne? Shut up. Die Bank bei uns ist halt so schwach. Scheiße. Richtig nochmal. Zum Drücken ist gut, ja. Nimm mit. Premier League. Bitte, gib Petri Cech. Gib ihn. Bitte nicht. Ach. Fuck. Okay, wen kann ich rausnehmen? Den, den, den du nur mit. Das ist egal. Mehret. Hier muss ich. Sack. Zwei. Der hat sein Messi eh nicht voll, ne? 31. Aber wir machen auch den Spum jetzt hin. Ja, das war klar. Er hat halt ordentlich Drückmaterial danach. Fuck. Ich leg hier auf R, okay. Oh, die Alba. Holy shit. Ich bräuchte ein Icon danach. Ja, geistkanges Drückmaterial. Fuck. Aber er kommt nicht auf Chemie, ne? Der macht die Serie A voll. Mit Radioactive. Der kommt nicht auf Chemie. Ich hab aus der Serie A nichts. Also er bricht uns jetzt mit einem Pedri. Ich muss das versuchen, oder? Also es zieht erstmal. Okay. Ein bisschen zu viel. Das Tor? Okay. Ich brauche ein Icon. Ne, jetzt Patrick Cech kriegt dann. Ja. Kann man das verdienen. Bitte. Ja! Ich. Okay, ruhig bleiben. Das ist Premier League. Zack. Ich komme auf 30. Warum komme ich nur auf 30? Der hat keinen deutschen. 90er Teambewertung. Ihr habt 89. Ich brauche zwei Chemiepunkte. Ich brauche einen La Liga Manager. Ich brauche den La Liga Manager. Komm, oder? Fuck, bitte. Bitte, La Liga. Oh, Zimbo! Da ist keiner! Boah, es ist hart. Stechen. Kohfeldt. Testsegen. Stechen. Es ist ein Stechen. 22, zwei extra Punkte. Ist aber auch 124. Was hatten wir? Wir haben zwei extra Punkte. Ja, es ist ein Stechen. Ja. Ist ein Stechen. Dann musst du wieder die Augen zumachen. Und dann machen wir die besten Spieler in 12. Ja. Und Timo ist ja dran. Ja, mach die Augen zu. Oh Gott. Ach du Scheiße. Dann kannst du ja, wenn du die Augen verbruchst. Achso, das suchst du für beide aus. Kannst du dir bei mir ein Spieler aussuchen. Achso. Ja, eigentlich eine gute Idee. Ja, ja. Für uns geht gleich ein besseres Rating, oder? Insgesamt. Ich glaube, es sind fast ganz gute Drücker dabei eigentlich. Fast auch. Fuck, ich bin nervös. Ich bin auch mit der ganz schlaste Hände. Fuck, der Gart. Ich bin richtig nervös. War ja niedrig, du hast 88, ne? Ja, deiner. Auch. Ich hab umgestellt. Oh Gott. Oh Gott. 4-3-3 Offensiv. 4-3-3 Offensiv. Bitte. Simo, bitte. Dann fang ich bei Proski mit dem Pick an. Ja. 4-3-3 Offensiv. Und du pickst jetzt sein Rating, ne? Und dann pickst du jetzt. Weil eigentlich ist es ja immer so, man... Ja, er pickt mein Rating. Gut, ja. Ich pick sein und ich pick unser. Bei Proski hätte ich gern den linken ZM. Und bei uns, dem rechten MS. Jaaaa! Du willst bei uns Zola, aber ihm willst nur Überrie. Oh, mit einem Punkt. Mit einem Punkt. Florian Kohfeldt, du Macher. Oh. Ich hab so gehofft, dass du Torwart nimmst. Oh Gott. Ich kann das nicht mehr. Oh Gott. Ich darf ans Rad. Ich darf ans Rad schenken. Und schon durch, oder? Okay. Hauptdreh. Komm schon. ru Emma! Matti. Symba lbschalte mal meine Kappe an. Und Matti? NowEurope. Und die ist schön. Die hat ein Ballon d'Or in der Hand. Und die ist to... abilities die? Vier? Symba lbschalte wenn ich native? Oh, ich darf ja nicht. northern, boh nicht. So, bist du blind? Ich bin nichts sehend. Sicher? Sicher. Diese Price Ranges, die können so brechen. Bist du drauf? Was sagt die Price Range? Die sagt Halsmaul. Geht nicht so mit deinen Bühnen. Super, super leid, aber ich kann grad nicht mal. Das ist immer wie unnötig. Du kriegst doch einen Manager. Gibt's sehen. Oh mein Gott. Ja, nehm ich aber. Da war auch wirklich Accountlöschtung aus der Hölle drauf. Alter. 3,9 Millionen schon wieder gelöscht. Digga, das tut so weh. Boah. Es werden einfach Totikarten in dem Format gelöscht. Ja. Alter. Bist du bereit? Eigentlich nicht, aber... Ich distanzier mich von diesem geisteskranken Discard. Ich stehe da nicht mit meinem Namen hinter. Das Format ist scheiße und gehört abgeschafft. Sag ich. Das war so... Warum kriegst du einen Manager? Es gehört abgeschafft. Es ist zu viel. Es gehört abgeschafft. Weg mit dem Format. Ciao. Nächste Woche pausieren wir. Ja, tschüss. Was ist eine gute Idee. Tat Dam. Was ist zu sagen. Ich findevé halt. Was ist ein begewendes Mumtrail. Das ist nicht die Mögel. Über nur Platz. Das ist beundene Unger. Bis zum nächsten Mal.